Pikachu, wo sind wir? Solgaleo! Lunala! Ich verstehe. Ich verspreche es. Ein Versprechen, an das er sich nicht erinnern kann. Ich kann nicht aufhören, an diesen unglaublichen Traum zu denken, den ich hatte. Aber was habe ich versprochen? Ein Traum, den er nicht vergessen kann. Ich frage mich, was für ein Pokémon es ist. Ich erinnere mich. Ich habe es letzte Nacht in meinem Traum gesehen. Es steht in diesem Buch überhaupt nicht drin. Vielleicht haben wir es hier mit einer völlig neuen Art zu tun. Ein legendäres Erlebnis. Vor langer Zeit tauchten einige seltsame Kreaturen aus einer anderen Welt auf und forderten die Schutzpatrone der Insel zu einem schrecklichen Kampf heraus. Diese Kreaturen werden Ultrabestien genannt. Ja, und das scheint auch eine Ultrabestie zu sein, doch. Reise ins Unbekannte. Der ganze Stolz der Älter Foundation, die Pokémon-Schutzzone. Entschlüssele die Geheimnisse. Weißt du, es wurde extra dafür geschaffen, diese Ultrabestien zu besiegen. Extra dafür geschaffen? Entdecke deine Bestimmung. Was habt ihr drei bitte schön in meinem Forschungslabor zu suchen? Ich habe versprochen, gut auf Wölkchen aufzupassen. Das nehmen wir dir gleich gern ab. Ihr müsst total verrückt geworden sein. Pikachu, zeig es diesen miesen Typen. Hilfe! 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 Pokémon die TV-Serie Sonne und Mond Ultra-Abenteuer.